Hallo Freunde der gebrochenen Knochen, mein Name ist Mario und ich bin der Poltergeist, der dich um den Verstand bringt. Das war zu hart für meinen Kehlkopf eben, ja alter. Das war nix. Was war denn jetzt? Achso. Ich habe auswesend die kleine fette blonde Qualle angeklickert. Erstmal kämpfen wir hier gegen... Oh, ich muss gucken. 1, 2, ja genau. Ihr seid nämlich hier hinten irgendwo beschäftigt. Und zwar allebei. Das wollen wir mal schnell ändern. So, fast wieder die Auflösung gewechselt. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ich nehme mir hier mit Andy auf und wenn ich unten auf die Taskleiste gehe mit meiner Maus, um zum Beispiel zu gucken, wie viel Uhr es ist. Ich wollte mir jetzt gerade merken, wie viel Uhr es ist, damit ich weiß, wann meine 4 Stunden rum sind. Damit ich das nicht wieder verpenne alles. Und wenn ich dann auf die Leiste hier unten, wo beim Android... Ihr könnt es ja sehen, da ist der Home-Button, der Zurück-Button. Wenn ich da mit der Maus zu lange draufkomme, so für eine Sekunde ungefähr, dann erscheinen da neue Anzeigen, neue Buttons. Das heißt, oben wird dann die Auflösung geändert, dann wird das Bild ein bisschen kleiner. Und dann kackt mein DX-Tory ständig ab. Dann wird eine neue Aufnahme gestartet, weil dann hat sich ja die Auflösung geändert. Und wenn ich dann mit der Maus wieder runter bin, dann passiert das wieder. Dann wird das Bild wieder ein bisschen größer. Es sind nur so ein paar Pizze. Aber für DX-Tory reicht das, um die aktuelle Aufnahme abzubrechen und neue Aufnahmen anzufangen. Alles Sachen, die euch unheimlich interessieren, ich bin mir sicher, ihr findet das alles voll spannend. Hey! Da ist ein Ausrufezeichen gewesen. Was ist passiert? Warum ist das hier unten? Da war eben noch ein Ausrufezeichen. Was kann ich jetzt für neue Sachen machen? Was kann ich für neue Sachen machen? Ich brauche immer noch hier... Was brauche ich noch? 700.000, knapp. Ein bisschen mehr. Marge, die Hexe. Fatal nach Regel 7. Also Marge, die Hexe wäre ja schon cool. Aber nur verbesserte Halloween-Jobs ist ja auch scheiße. Alle 8 Stunden. Die ist überhaupt nicht brandneu, die gab es schon letztes Jahr. Ich glaube, man konnte beide auch dieses Jahr gewinnen. Also nicht gewinnen, sondern hier in dem Ding hier. Aber ich glaube, man kann ja mal gucken. Hier ist das Tor jetzt nichts. Kein Portal nach Regel 7. Okay, da habe ich mich geirrt. Da habe ich mich geirrt und hier war auch nichts. Gut, dann habe ich fast hätte ich gelogen. Aber ich weiß, dass es beides schon gab. Also es ist nicht neu. Brandneu, wie da steht. Ich mache schon wieder Sachen, die nichts mit... nichts mit Halloween zu tun haben. Aber ich glaube, ich kann auch nichts mehr machen. Und ich habe auch jetzt nichts... Ich habe nichts gebaut. Ich kann nichts bauen. Oder? Ja, ich könnte die kleinen Shotgun-Peaks und das andere bauen, aber ich spare jetzt im Moment lieber mal auf den... auf den Mafia-Wagen. Hier, Homer könnte noch was sein. Hallo Kinder! Ich darf nicht reinkommen, also werfe ich eure Süßigkeiten einfach in den Kamin. Bitte sehr! Ihr könnt sie euch aus der Asche fischen. Meine Süßigkeiten brennen! Guck mal, du hast... Festiween Teil 2. Festiween. Alles klar. Okay, Lisa. Au, Dad! Warum hast du mich gekniffen? Ich bin St. Patrick. Wer keine grünen Halloween-Süßigkeiten ist, wird gekniffen. Mom! Ich jage ihn zur Tür hinaus. Lasst mich meinen Besen holen. Da sind wir wieder. Besen, Besen! Seid's gewesen! Lass Feiertagsrummer Springfielder kneifen. Los! Geh sie zwicken! Mitten in die... Arme! Hab ich ihnen jetzt gedacht. Hat ja auch nicht jeder welche. Also Arme schon. Ich hab natürlich auch nur Arme gemeint. Oh Gott, ich bin schon wieder in der Situation. Tschüss! Falls mir irgendjemand sagen kann, wo ich noch Skelette herkriegen kann, außer mit viel, 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 viel Glück bei einem meiner Nachbarn, der seine Stadt oder seine Story anscheinend noch nicht so weit vorangetrieben hat, dass er auch diese komischen, äh... Wie heißen sie? Sternengeburten oder wie auch immer diese Dinger da heißen, diese komischen, äh... Tentakelviecher da. Alle haben nur noch die. Ich hab keine Skelette mehr. Ich hab mal eine Zeit lang, äh, noch... von allem noch immer so ein bisschen was gehabt. Hier ist noch ein Zombie aufgetaucht, da sind mal ein paar Hasen und ein paar Schlangen und Skelette aufgetaucht. Aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Es ist alles weg. Es gibt nur noch diese, äh, Tentakelviecher. Mist, Taddeus, genau. Taddeus wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Und ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt noch Skelette herkriege. Ich weiß nicht, wo ich 30 Skelette abklickern soll. Ich bin gestern zum ersten Mal seit langem wieder durch alle meine Nachbarn durchgegangen. Ich hab nur ein... Ihr seht's selbst. Ich hab nur drei Skelette abgeklickt. Nur ein einziger meiner Nachbarn hatte seine Story noch nicht so weit vorangetrieben, dass er noch Skelette hatte. Oder noch? Nee, es ist nicht wahr. Einer war noch, aber das waren Zombies. Das hat mir ja hier nichts genutzt. Von daher, also wenn irgendeiner weiß, ob das irgendwann aufhört, ob ich irgendwo was machen, kaufen, sonst was muss, dann schreibt mir das bitte in die Comments. Dann soll's das erstmal wieder gewesen sein. Wenn's euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Comments oder abonniert meinen Kanal. Ich wünsch euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! Bye! Bye!